Lass uns lieber einfach was dummes schauen, und zwar ein paar dumme, dumme Memes. Let's go. Yo, 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 Freunde. Es kommen noch so lange deutsche Memes, bis Artikel 17 diese sperrt. Lasst gern ein Abo und Like da. Let's go. Genau, der. Gergorini Vladinum. Gergorini Vladinum. Da ist er doch. Kennt ihr niemand? Na klar. Ja, ich hab's gedacht. Ja, mein kleiner Arsch. Was macht der? An der Autobatterie, Bro. Ist das dumm? Ist das dumm? Bist du wach? Ja. Beeil dich. ... zu klären. So, der große Yarak wünscht dem Sucuk alles Gute zu seinem 50. Geburtstag. Auf geht's geht's. Ja, Lars, da bist du in einem richtigen Scherzbold aufgesessen. Muss ich jetzt mal nicht übersetzen, also ich würde sagen, jeder Offenbacher weiß ungefähr, was diese Worte bedeuten. Wird auch an der Kamera gekrinzt. Lars, erklär ich dir in der Halbzeitpause, was das bedeutet, ne? Na gut, das bedeutet, ne? Ja. 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 Ja, ja. Also da sind ein paar richtige Comedy-Götter gerade an der Tastatur gewesen. Cabri-Sonne, 200ml, 1,09 Euro. Mhm. Durstlöscher, 500ml, 1 Euro. Und das ist es nämlich. Und da muss man einfach mal sagen... So nämlich. Da fällt mir die Entscheidung nicht schwer. Richtig. Jetzt kann der Spaß anfangen. Ich kann sie mal so richtig schön Musik hören. Was für Musik war es jetzt? Als ob sie so Mucke hört, nie im Leben. Dann können wir aufhören. Dann können wir es lassen. Dann können wir es lassen. Ja. Also Leute, ich hab Bock, was anzupacken. Ich hab Bock, die Welt zu verbessern. Aber irgendwer muss auch mitmachen. Ja. Ansonsten können wir es lassen. So nämlich. So nämlich. Ich hätte noch nie einen Durchlässer getrunken. Ihr könnt mich jetzt haten. Du bist der Nächste. Oh Mann. Let's go. Wenn mein Kollege schläft. Kollege 20 decken und du keine einzige. Guten Morgen, Bro. Hey Junge. Halt deine scheiß Fresse. Immer. 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 So wäre es, wenn man jemanden einfach fragt. Ähm. Ich hab mal kurz ne Frage. Ja bitte. Dann frag doch einfach ne Frage. Ich hab ne Frage. Ja dann. Frag doch, was du fragen willst. Und frag nicht ob du ne. Darf ich mal ne Frage stellen. Frag doch einfach. Was du fragen willst. Und frag nicht ob du ne Frage stellen darfst. Das ist so. Ja. Ich hab hier was. Aber du musst mir erst antworten. Und dann kommt der so richtig an. Find ich. Find ich übel wack. Okay. Nein. Hier werden keine Fragen gestellt im Chat. Bisschenberg durchgespielt. Junge als ob. Die Generalprobe gestern, die lässt auf einen guten Start hoffen. Mit 7 zu 1 fickte die deutsche Elf Lettland vom Platz. Die haben die vom Platz gefickt? Alright. Spinnst du das n Ranked? Ticken McNuggets mit saftigen Hähnchenbrustfleisch. Ich schihe jetzt bei McDonalds nur für 1,99 Euro im Angebot. Okay. Seh ich mich jetzt nicht. Der elastische Hosenbund. Der Turnschuhmann. Bis so mal so. Captain Magma Krakataua. Das Genialste ist, wenn man so einen kleinen Bruder hat. Bring das mal bitte nach unten. Okay. Perfekt. So ein Mini-Diener. Tschuldig. Ja. Tschuldig. Tschuldig. Das ist dum. 1200 minus das ist ganz schön viel wie konnte das passieren ich muss die 1200 wieder reinholen so geht das zu viel art rust loben erfahren sie die wahrheit die wahrheit über drogen sagt nein zu drogen ist das ein echtes kind warum ist das so klein warum war das so klein das kind das war ein baby ok scheiße manch dann schau mal kurz dankeschön für 15 monate im tier 3 sag mir dass du bereit bist ohne mir zu sagen dass du bereit bist kevin nennt mir den song bei dem ihr wollt dass er in eurer beerdigung gespielt wird ich zeig's euch warte chat das ist der song der bei mir auf der beerdigung laufen soll ich glaube da würde ich sogar noch mal kurz aufstehen und kurz mit dancen und dann wieder ab dafür ganz einfach das ist kein song aber das ist eine melodie und die ist einfach zu bild richtig mir geht mir geht gar nicht gut guckt deswegen macht das leben keinen sinn walnuss spricht man walnuss aus aber eine wahl sprichst du wahl aus obwohl es wirklich dasselbe ist nein toll 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 gib dein bestes das wird du schaffst das alter diese frau guckt in meine seele bei gott was was warum hä was soll das das ist saudumm das ist saudumm das ist saudumm